Die DHV News vom 10. September 2021. Weiter Druck machen bei euren Wahlkreiskandidaten. Scholz bereit für ein bisschen mehr Lockerheit. Herzlich willkommen bei den DHV News. Am Anfang schon mal ein Hinweis auf den Aktionstag im Zusammenhang mit der Bundestagswahl in vielen deutschen Städten gibt es noch mal Demonstrationen für die Legalisierung von Cannabis am Samstag, den 18. September. Ich nenne die Städte nachher alle in der Terminübersicht, aber wenn ihr nicht die ganze Sendung gucken wollt, scrollt halt dahin, es gibt dahin, da gibt es ja diese Zeitmarken, dazu Termine, da seht ihr die ganzen Städte nochmal oder schaut gleich auf unsere Seite, ob da was in eurer Nähe dabei ist. Auf jeden Fall wichtig, geht demonstrieren. Das ist auch ein schönes Nach-Corona-Ding. Viele GMMs sind ja eher ausgefallen Anfang des Jahres noch, Anfang Mai, als das noch gar nicht ging. Jetzt geht es wieder. Ja, ich habe auch jetzt meinen ersten Präsenztermin hinter mir. Leipzig war es ja diese Woche, wo ich bei den jungen Liberalen eingeladen war. Fühlt sich gut an, mal wieder so ein bisschen normales Leben. Und jetzt kann man wieder normal demonstrieren. Also, erster wichtiger Punkt. Ja, es wird spannend mit der Bundestagswahl. Und ihr könnt was dazu beitragen, dass da wirklich was passiert diesmal, wo jetzt nach 20 Jahren nichts passiert ist. Jetzt kann was passieren. So, weitere Vorlage von Richter Müller habe ich hier noch stehen. Als kleinen Hinweis. Ja, ist kein eigenes Thema. Ja, mittlerweile haben wir Richtervorlagen, die wimmeln nur so beim Bundesverfassungsgericht rum. Jedenfalls Richter Müller, Amtsgericht Bernau hat mal locker aus der Hüfte getwittert. Er macht jetzt Urlaub und hat vorher nochmal eine Vorlage nach Karlsruhe geschickt. Also, wunderbar. Die haben jetzt noch mehr Vorlagen da. Die dritte jetzt von Richter Müller und zwei von anderen Gerichten. Geht voran. Ja, wenn du Richter bist, leg vor, sag ich da nur. Ja, tu was für die Legalisierung. Kann man auch als Richter machen. Und dann habe ich jetzt noch eine Sache in eigener Sache. Und zwar den Abschied unseres Kollegen Sascha Wartakotte, der fast fünf Jahre beim Handverband gearbeitet hat, von dessen Arbeit ihr sehr, sehr viel mitgekriegt habt da draußen. Mehr als von jedem anderen hier vielleicht, ohne das groß zu merken. Er war hier nämlich zuständig für Social Media, Redaktion, Presse und Öffentlichkeit, Telefon, E-Mails, ja, eine riesen Bandbreite, mitten an der Kommunikationsfront, in allen Belangen sozusagen. Der hat zum Beispiel unseren Instagram-Account eingerichtet, ja, von null und mittlerweile bei über 50.000 Abonnenten. Kann man auch sagen, das war eine erfolgreiche Aktion. Genau so Twitter dramatisch gewachsen in der Zeit. Also, ihr habt alle bestimmt schon Nachrichten gelesen, die Sascha geschrieben hat. Und er hat bestimmt hunderte Telefonanrufe angenommen und tausende E-Mails beantwortet. Also, riesen Ding. Vielen Dank an Sascha an der Stelle von mir, vom Handverband. Und im Namen von euch allen, nehme ich mal an, die davon profitiert haben, die uns folgen, die gelesen haben, die er unterhalten hat und so weiter. Und das nutzen wir jetzt, um die Abteilung noch weiter auszubauen. Es gibt weitere Job-Ausschreibungen. Zusätzlich zu der, die ich letzte Woche schon verkündet habe, im Bereich Web und Infrastruktur. Das hat man ja schon. Also, Computer-Nerds auch bewerben. Ja, guckt euch die Bewerbung an, ob das für euch passt. Und jetzt zusätzlich noch eine Stelle im Bereich Social Media und Kommunikation und eine im Bereich Presse und Öffnen, also Presse-Referent und Redaktion. Heißt, Nachrichten schreiben für unsere Homepage, Homepage aufräumen und Presseverteiler koordinieren, Pressemitteilungen entwerfen und so weiter. Das ist die zweite. Und Social Media, Kommunikation, eben unsere ganzen Kanäle betreuen und Kommentare und so weiter tracken und eben Telefon, E-Mail. Ja, wer sich da berufen fühlt, jeweils bitte bewerben. Die weiteren Einzelheiten in der Videobeschreibung. So, jetzt fast genug in eigener Sache. Auf jeden Fall geht es jetzt wieder Richtung Politik und das, was wir so tun. Jedenfalls erstmal, wir haben wieder gefeuert. Ja, heiße Phase, Bundestagswahl ist jetzt voll im Gange und wir hämmern Videos raus hier. Eins davon, Zeit für Legalisierung, Verbot ohne Grundlage. Wieder so ein kurzes, animiertes Vergleich Cannabis, Alkohol und dass es keine wissenschaftliche Grundlage dafür gibt, dass Cannabis verboten ist und Alkohol nicht. Ihr könnt es gerne vielfältig teilen, wenn euch das gefällt, wenn ihr meint, das überzeugt vielleicht noch Leute und so weiter. Oder wir bewerben das in Zielgruppen außerhalb der Bubble sozusagen, dieses Video. Und vielleicht habt ihr mittlerweile auch viele selber gesehen, DHV-Videos, dass wir die bewerben auf Facebook, aber auch hier. Also in letzter Zeit sich selber andauernd vor Hanf von DHV-Videos. Unsere eigene Werbung, ja, das ist auch okay so, weil das ist eine Mitmachwerbung. Das ist die, wo wir euch sagen, macht mit beim Wahlkampftool, schreibt eure Direktkandidaten an und so weiter. Die soll ja nochmal an die ganzen Handfreunde gehen und ich bin sicher, dass noch nicht alle Abonnenten hier, alle Zuschauer hier mitgemacht haben. Also tut es bitte. Sonst zeigen wir euch Videos ohne Ende, bis ihr das macht, ja, bis sie euch zu den Ohren rauskommen. Also wichtig. Dann haben wir zwei neue Sommerinterviews im Kanal. Das mit Kirsten Kappert-Gonther von den Grünen und Dirk Heilenblut SPD, beide diese Woche online gegangen. Da könnt ihr euch jetzt also deren persönliche Ansicht nochmal anhören. Dann überhaupt auch so ein bisschen, wie ist es überhaupt als Mensch im Bundestag? Ja, es sind ja keine anonymen Marionetten oder so. Ja, es sind ja richtige Leute und die benehmen sich auch unterschiedlich und reden unterschiedlich. Also guckt euch das mal an. Lernt kennen, dass Politiker auch nur Menschen sind. Und natürlich deren drogenpolitische Einstellung und wie sie die Partei selbst einschätzen und was so kommt in Sachen Cannabis-Politik. Letztes Video, wo ich darauf hinweisen will, mein Twitch-Live-Premieren-Video. Ja, ist jetzt eine Aufzeichnung da. Junge Liberale. Ich hatte irgendwie die Liberalenwoche seit den letzten News, war bei mehreren liberalen Terminen irgendwie. Das hier ist der beim Brownies-Backen, ja, ausuferndes Gelaber inklusive Brownie-Backen über zwei Stunden. Also selten geringe Informationsdichte für meine Verhältnisse, würde ich denken. Mehr Spaß dabei beim Rühren und so. Also kann man sich angucken, muss man nicht, ja. Könnt ihr ja mal reinschreiben in die Kommentare, wie ihr das findet, ja. Ob ihr so ein Format öfter sehen wollen würdet. Habt ihr genug Zeit dafür oder was? Ja, sag mal Bescheid. Aber auch da wieder der Hinweis, ja. Ich habe das zusammen gemacht mit einem ganz jungen Direktkandidaten der FDP, irgendwo in Bayern. Kai Fackler heißt der. Und der hat mich angesprochen auf unsere Aktion mit den Direktkandidaten. Hat gesagt, ja, ob da so eine Aktion laufen, ihr ruft die Leute auf, da den Direktkandidaten zu mailen. Und hat erzählt, dass bei ihm zu keinem anderen Thema mehr E-Mails eingegangen sind als zu Cannabis-Legalisierung. Das ist wunderbar, das höre ich natürlich gerne, nachdem ich gerade eine Woche vorher von einem anderen schon bestehenden Bundestagsabgeordneten, der wieder kandidiert, gehört habe, dass bei ihm Cannabis noch ein Platz 5 ist bei den Themen. Ja, da sind vier andere Themen wichtiger als Cannabis in seinem E-Mail-Posteingang. Das müssen wir ändern. Ja, da müssen wir noch, da geht noch was, da geht noch weiter hoch. Lass uns noch mehr Leute Kandidaten haben, bei denen das auf Platz 1 ist und bei den anderen dann noch ein paar Plätze hochrücken. Das ist euer Ding, das ist euer Beitrag zur Legalisierung 2021. Ja, wir haben eine reale Chance, aber ihr müsst da mitmachen. Ja, wir müssen jetzt Druck aufbauen. Jetzt machen wir weiter mit unseren Plakaten. Wir haben in immer mehr deutschen Städten unsere Großplakate hängen, teilweise auch Megalights, diese hinterleuchteten Dinger, auf jeden Fall große Plakate mit unseren beiden Motiven des Jahres, Zeit für Legalisierung und davon zeigen wir euch jetzt mal eine Collage, paar Bilder, weil wir natürlich selber das auch feiern, dass es das jetzt gibt, mehr Großplakate für die Legalisierung in Deutschland als jemals zuvor. Ja, wenn bei euch auch so ein Plakat auftaucht, vor der Nase, in der Stadt irgendwo, ja, macht ein Foto, postet das irgendwo, markiert den Handverband dabei, damit wir das sehen, damit wir das vielleicht mal sammeln können, ja, eine Collage machen oder auch gleich teilen sogar oder eben hier in den News zeigen, mal sehen, ja, könnt ihr uns auch per E-Mail dann schicken, wenn ihr nicht posten wollt. Wir haben jedenfalls gerne Bilder von diesen Dingern. Und auf der DHV-Seite findet ihr auch eine Datei, in der ihr gucken könnt, in welchen Städten die Großplakate noch kommen, auch an welchen Straßen und wann. Alle drei Minuten wird in Deutschland ein Strafverfahren gegen Cannabiskonsumenten eingeleitet. Das sind laut polizeilicher Kriminalstatistik über 186.000 pro Jahr. Du findest das auch sinnlos? Und willst das Verbot endlich beenden? Wir kämpfen dafür und brauchen dich. Hilf jetzt mit deiner Spende oder Mitgliedschaft und mach mit uns Legalisierung möglich. Für nur 5 Euro pro Monat. Schluss mit Krimi. Cannabis normal. Einfach online anmelden unter www.handverband.de slash unterstützen. Link in der Infobox. Und jetzt nochmal zum Thema, warum das alles wichtig ist, ja. Scholz ist bereit für ein bisschen Lockerheit, hat er gesagt. Ja, das ist da so, da sieht man, es kann was gehen. Ich lese immer wieder die Kommentare, es wird nicht legalisiert in Deutschland, es wird niemals legalisiert, es ist ja nie was passiert und so weiter. Ja, da ist auch nicht viel passiert in den letzten 20 Jahren, das stimmt. Aber die Chancen standen noch nie so gut wie jetzt. Und da ist natürlich spannend, jetzt was sagt Olaf Scholz. Nachdem die alle Umfragen jetzt auf einmal sagen, dass wir keinen Laschet-Kanzler kriegen, sondern einen Scholz-Kanzler, wird das natürlich spannend. Die SPD selbst hat ja ein paar Reformschritte im Programm, ja, wenn vielleicht auch knapp an der Legalisierung vorbeigeschrammt. Vielleicht auch nicht, ja, kann man so oder so interpretieren. Guckt euch das Heidenblut-Video an, das diskutiere ich mit ihm, ob da Legalisierung im Programm drinsteht oder nicht. Auf jeden Fall, die CDU hat es nicht drinstehen, Laschet will es nicht und so, CDU könnte er vergessen. Ja, aber SPD ist zumindest vielleicht, ja, ein Koalitionspartner für die echten Legalist-Parteien, der was mitmacht. Und Scholz selbst aber konservativer als eine Partei, insofern muss man da ein bisschen skeptisch sein, auch je nachdem, welche Koalitionspartner der so kriegt. Und als er noch für den Parteivorsitz kandidiert hat, hat er sich mal noch eindeutig gegen jede Liberalisierung von Cannabis gestellt, war dagegen, konnte damit nichts anfangen. Im Gegensatz zu den meisten anderen Kandidaten übrigens für den Parteivorsitz damals. Und diese Woche gab es Hinweise, dass sich da ein bisschen was geändert hat. Er hat sich kompromissbereit gezeigt und der Westen, zitiert Scholz, wie folgt. Ich persönlich, das gebe ich gern zu, war immer sehr skeptisch, was einen toleranten Umgang mit dem Kiffen betrifft. Aber meine Jugendorganisation hat mich überzeugt, dass wir da ein bisschen mehr Lockerheit entwickeln müssen. Ja, das ist so eine schwimmelige Aussage à la SPD. Ja, wir sagen euch nicht ganz genau, jetzt wohin die Reise geht. Ja, wir sind aber irgendwie auf jeden Fall reformwillig. Ja, wir wollen nicht so weitermachen wie bisher. Wir wollen ein bisschen Lockerheit, wir wollen ein bisschen Entspannung. Wenn wir auch nicht sagen, wir wollen jetzt komplett sofort legalisieren, ja, das machen dann die anderen. Aber immerhin, ja, das ist offen in alle Richtungen, würde ich sagen. Ja, wenn jetzt die dann doch mit Laschet koalieren müssen, ja, weil nichts anderes geht oder so. Oder CDU, FDP, SPD, ja, dann wird Scholz wahrscheinlich sagen, ja gut, ich hatte noch nie was damit am Hut gehabt. Ja, das braucht man jetzt auch nicht. Aber wenn er eben jetzt dann vielleicht mit Grünen und Linken oder mit Grünen und FDP am Tisch sitzt, der gute Herr Scholz, ja, dann würde er sagen, ja, alles klar, der gute Kühnert, Kevin, hat das ja schon immer gesagt. Ja, irgendwie hat er vielleicht recht. Ja, komm, machen wir, wird schon jetzt kein Drama sein. Also, das Ganze zeigt, da geht was. Auch wenn natürlich im Gegensatz zu Annalena Baerbock da eine gewisse Diskrepanz besteht. Ja, die hat tatsächlich deutlich gesagt, dass sie für Legalisierung ist. Mittlerweile hatte ich ja auch in der letzten Sendung mal drin. Bei Scholz nicht ganz so, ja, aber wieder ein Zeichen mehr. Da kann was gehen, ja, diese Leute, die immer sagen, es wird niemals legalisieren. Ja, also ganz so sicher ist das nicht. Da kann wirklich was funktionieren dieses Jahr. Und dafür ist es wichtig, dass ihr bei unserer Aktionen mitmacht, den Direktkandidaten schreibt. Ja, Mantra, Mantra. Immer wieder muss ich sagen, ja, bis alle mitgemacht haben und bis wir die Legalisierung haben. Es lohnt sich und geht demonstrieren. Aktionstag, ja, habe ich gesagt, kommen gleich die Termine. Und dass ihr wählen geht. Guckt euch unsere Wahlanalyse an. Da haben wir ja mal genau auseinandergedröselt, die Programme und so weiter. Wie haben sich die Parteien verhalten im Parlament und so weiter und so fort. Guckt euch das an, wenn ihr noch nicht wisst, wen ihr wissen sollt. Und wenn ihr Cannabis-Legalisierung zumindest mit da eine Rolle spielen lassen wollt. Wir haben es für euch alles auseinandergeklaubt. Und jetzt kommen wir zu den Terminen mit den Demo-Terminen dabei. Geht da hin, ja, damit wir legalisieren können. Erstmal aber Zürich Cannabis Business Expo dieses Wochenende, Samstag, 11. September bis 12. In Oldenburg trifft sich die Gruppe Online, Sonntag, 12. September. Ebenfalls offenes Online-Treffen, Sonntag, 12. September in Koblenz. Dann gibt es nochmal einen Stammtisch in Oldenburg der Ortsgruppe, Dienstag, 14. September. In Hamburg gibt es einen Stammtisch, auch Dienstag, 14. Und jetzt geht es los. Braunschweig ist dabei. Braunschweig-Demonstration. Zeit für Legalisierung, Samstag, 18. September. Karlsruhe-Demonstration für Legalisierung, Samstag, 18. September. Freiburg ist dabei, Samstag, 18. September. Die sind alle am Samstag, 18. September. Hamburg ist auch dabei. Heidelberg. Zeit für Legalisierung, Demo. Tübingen, 18. September. Frankfurt ist auch dabei. Zeit für Legalisierung, München. Kundgebung, Zeit für Legalisierung, Samstag, 18. September. Stuttgart, Kundgebung, 18. September. Konstanz, Zeit für Legalisierung, 18. September. Die sind alle im Boot. Gut, da kommen gleich noch ein paar Infostände hinterher. Ja, die gehören auch quasi mit dazu. Die nenne ich aber alle zusammen. Dann haben wir noch drei Termine in Oldenburg. Nochmal ein Treffen der Gruppe, 19. September. Also gleich einen Tag danach kann man mal Revue passieren lassen, was so war am Tag vorher. Heidelberg trifft sich nochmal die Gruppe Dienstag, 21. Genauso in Hamburg. Ist der Klönschnack wieder bei der Ortsgruppe. Dienstag, 21. September. So, dann haben wir noch Informationsstände zum Aktionstag am 18. September in Koblenz, Oldenburg und Regensburg. Und dann haben wir noch einen Infostand in Freiburg am 15., der damit nichts zu tun hat. Das war es für heute. Ihr habt gemerkt, so furchtbar viele Themen gibt es gar nicht mehr, außer Bundestagswahl. Ja, jetzt wird es richtig spannend. Jetzt wird es heiß. Es beginnt und es wird aufregend. Ja, wird jetzt in zwei Wochen das Wahlergebnis zu einer Legalisierung von Cannabis führen, nach so langem Kampf, ja, oder zum ersten großen Durchbruch. Das liegt auch an euch. Mischt euch ein. Geht demonstrieren. Meldet euch bei den Direktkandidaten. Ich weiß nicht, ob ich es schon gesagt habe. Wahrscheinlich schon. Ja, müsst ihr machen. Naja, gut. Ich lasse es gut sein für heute. Nächste Woche geht es damit weiter. Ja, bis wir das schaffen mit der Legalisierung. Liked dieses Video. Abonniert diesen Kanal. Drückt die Glocke. Und ich wünsche euch noch einen schönen Tag und einen gehusamen Abend. Und ich wünsche euch noch einen schönen Tag.